Ich heiße auch Marguerite. Mit zwei Tee. Ist die Schuld meines armen Vaters, als er mich im Rathaus angemeldet hat. Wissen Sie, Schreiben war nicht seine Stärke. Aber meine Mutter wollte den Namen dann so lasten. Er hat ihr gefallen. Ich bin das Kind einer Liebesgeschichte. Na, wie alle Menschen. Nein, nicht wie alle Menschen. Einige entstehen aus Versehen. Gut, ich muss los. Tja, dann, vielleicht sehen wir uns mal wieder. Ich gebe es Ihnen auf, hier. Oh, danke, Monsieur. Vielen Dank, Monsieur. Wie? Chasse. Jamais Chasse. Tja, Monsieur Chasse, es hat mich sehr gefreut, Ihre Bekanntschaft zu machen. Und vielen Dank, dass Sie mir Ihre zahlreiche Familie vorgestellt haben. Darf ich mal anfassen? Was ist? Komm mal her. Gut, dann werde ich mal. Danke. Sag mal, bist du nun langsam fertig mit dem Rumscher-Wenzel? Also bitte, ja. Ich bin nur nett. Ja klar. Bring das mal zum Dominotisch. Liebst du mich? Bekomme ich ein Kässchen. Bestimmt nicht jetzt. Oh. Kriegt ihr noch was? Empfiehlt Montpassant. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Empfehlung. Na, Gide. Hä? Gide Montpassant. Da wärst du nicht drauf gekommen. Was? Keine Gefahr. Gide Montpassant. Hä? Was? Placke nicht den Gide Montpassant. Der ist sowas wie der Gide Michelin. Oh nein. Der Gide Montpassant? Also wirklich, ich glaub's nicht. Der Gide Montpassant? Sowas wie der Gide Michelin? Was für ein Volltrottel. Dieser Volltrottel. Was ist? Ach, nichts. Nicht so. Wie sieht er an? Nur zu, bedien dich. Tu dir keinen Zwang an. Nur zu. Hey, stell ich was hin, haust es mir um die Ohren. Sie klaut's lieber. Ist aber nicht nett. Du pflanzt deine Scheiße in meinen Garten, da kann ich mir einfach was nehmen, oder? Wie ein heulender Hund. Was stimmt? Das ist wirklich wahr. Da hast du recht. Sie haben ein exzellentes, auditives Gedächtnis. Nein, nein, nein. Ich kann mir nur gut merken, was ich höre. Für wen waren die Blumen? Ich hab heute Morgen den Strauß auf dem Tisch gesehen. Ich dachte, die sind für mich. Wie heißt sie? Sie heißt Margeret mit zwei Tee. Die Blumen waren für sie. Sie ist 95 Jahre alt. Und ja, ich liebe sie. Zufrieden? Was ist? Sie sind ein ganz besonderer Mensch, Hermann. Was ist? Untertitelung des ZDF, 2020